sind soweit ich könnte anfangen und das war es heute auch schon wieder wenn ja immer länger ein short ziehen war das ja ja okay ich habe nicht so viel speicherplatz haben wir denn die schwarz dienst damit ein speicherplatz hat das reicht obwohl wir müssen uns beeilen eine minute haben wir glaube ich zeit so warte ich zähle jetzt die zeit und dann gehts los warte musst du mal runterzählen ich verstehe bei leute nicht du sitzt da und drückst den knopf warum musst du für dich runterzählen drückte einfach auf den scheiß knopf und fang an hallo und herzlich willkommen heute folge terraria ich hatte jetzt hat er gerade mit seinen fingern da gesessen und 1 2 3 gezählt jetzt habe ich nicht auf aufnehmen gedrückt weil ich nicht runtergezählt habe du hast speicherplatz gespart ist so gut das war ein scherz so männers und die frau er hat mich auch erwähnt was machen wir wir haben halt die option meinen zu gehen oder den wurm zu machen ich will würmchen los äh würmchen aber ich habe keine fernkampfwaffe los würmchen töten ich gebe dir mein jojo mein heiligstes heiligstum ich überreiche es dir mein jojo warte ich muss das umlegen auf die richtige position leg nicht umlegen bist du verrückt jetzt hat noch so viel zu tun nicht dich umlegen ich musste das jojo was tut das jojo voll ins gesicht geschossen wo kam der fisch her das willst du nicht wissen den hab ich reingeschmuggelt den kreis ich besonders aus so auf geht's mehr nach männers und die frau wartet ich bin nicht so schnell nach recht alle grabsteine los nein hast du morgen mit pappel ähm nö ich hole welche wo hast du den tollen spiegel her ich mein aus ner kiste wieso habt ihr die ganzen tollen Sachen warte den evo muss ein bisschen weinen oh verdammt ähm 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 was wollte ich jetzt sagen ich wollte M sagen du bist scheiße ähm bomben aber den zweiten kugel hab ich dort ja freigelegt gehabt nur noch keine dritte ne das war doch auf der anderen Map ja auf dem server das war die hier wer war das gerade Kai was weil hast du nicht gerade noch was gesagt hä nein 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 willst du nicht etwas auf uns warten nö pfff mach den kurz alleine ach warte ich kann ja laufen lassen mich einfach porten dann zum schluss wenn ihr da seid super praktisch mit euch upfern möchte ich nichts zu tun upfern oh oh der dem krass schon jemand da ah ja 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 ich seh's hier schwanzlappen ach ach ich wollte zuerst das mit L sagen und es dann oh hi Evo jetzt kommen wir wieder zusammen warst du schwanzloich ja ja genau schwanzloich wir machen da auch so ne äußerst äh schicke Brücke 20 block unter dem Ding bist halt blind du blind Fisch ja oooh ich trage heute auch meine Brille ja uuuuuh hast du eine Brille? Ja. Brillenschlange, Brillenschlange. Mein Gott, ii, nein. Ach, Schnuffelpuffelpuh. Fähr auf damit, sonst mach ich weiter. Oder ich sag mal einen neuen Spitznamen für dich aus. Möchtest du das? Ach, die Pups. Nein. Ich muss meinen Kommentar dafür kneifen. Ich sag den neuen Spitznamen, keine Krankheit, ja? Hasipups ist eine Krankheit? Ja. Pummeluf? What? La 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 la. Pixi? Pipi? Pipi? Da ist ein Krabble. Krabble, Krabbs? Alter, was kommt auf dem Viecher? Hör mal, Purple, hast du nicht gesagt, wir laufen zusammen? Ja, ich, ich, ich sonn dir die Lage hier und vertreibe die bösen Geister. Damit du eine sichere Reise hast. Ey, Flo hat mich schon fast wiederholen mit seinen scheiß Boots da. Mit seinen Boots. Boots. Alter, das sind ja kranke Viecher. Ja, aber du kannst dich gleich fort, wenn du willst. Aber du hast doch ne Wolke, oder? Ja, aber da bin ich ja trotzdem eben drauf gegangen, auch mit der Wolke. Ja, du musst ja nur kurz vorher springen, bevor du aufschlägst. So, huiii, psch. Aua. Alter, diese Flugliberlen sind voll eklig. Und nen Hook hast du doch auch schon, oder? Achja, ja, ich vergesse es immer mit dem Hook. Ja, das ist doch viel einfacher noch. Wenn das auf so ner blöden Taste liegt. Auf so ner blöden Taste wie E? Ja. Drücke ich nie. Oh, das ist noch nicht die blöde Taste, da kommt man gar nicht hin mit dem Finger. Die drücke ich nie. Stimmt doch gar nicht. Doch. Doch, bei Minecraft. Wenn du deinen Namen schreibst, hä? Hä? Ja, da hab ich ne, äh, wie heißt das hier, so ein Makro für. Achso, ah, okay. Ja, ja, würde ich auch behaupten. Wo geht's überhaupt runter? Ja, glaubst du mir nicht? Glaubst du nicht, dass ich in der Lage bin? Ich darf, wir laufen zusammen. Lauf doch hier, guck mal. Ich hab nur dieses komische Krabbelfich getötet. Nur für dich. Ohhhh. 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 Drück mal H. Was ist bei H? Drück's mal. Ja, ich hab was gefressen. Ja. H ist Shortcut für Heilend. Dann nimmt er irgendwas aus dem Inventar und heilt dich damit. Wenn ich nix hab, dann passiert auch nix. Oh, blöd. Wow, es fehlt sich. Oh ne, fuck, da steck ich jetzt. Ha, ha, Opfer. Aua. Ich seh schon, dass das für ewig dauern, bis mal alle da zusammen versammelt sind. Ich will jetzt ne Bomben aus der Urten hat. Ja, und wenn du gleich wieder drauf gehst, bringt es das auch nicht viel. Äh, warum ist hier unten Wasser? Ich dachte, hier wäre der Ort, wo wir runter müssen. Weil der Wasser ist. Weil der halbe Gang, durch den wir runter mussten, mit Wasser voll war. Echt? Ja. Und man kann sich da nur mit Bomben rein sprengen, weil wir die Spitzer nicht haben. Das heißt, da sind mitunter große Löcher halt. Man kann das Wasser nicht irgendwo hinleiten. Äh, die Zeit hat ja schon gelaufen. Das heißt, wir müssen jetzt hier unten warten, bis du dann da bist und Sprengmeister spielst. Ja, vielleicht wartet ihr auch auf mich, damit das nicht so langweilig ist, wenn ich nur da hinlaufe und dann schon alles fertig ist. Nicht jetzt, wenn dann langweilig. Boah, muss ich da durch das Meer durch? Und... Ja, das Meer. Das riesige Meer. Ja. Ja, das ist ne Höhle, da geht's rein unten. Du musst nicht mal einen See. Oh, ich verreck gleich. Verreck gleich. Und ich seh nix. Ey, ich, ich verreck. Du bist fast full live, oder? Ich verreck gleich. Ich verreck gleich. Ja, ich hab hier... Ah, ich hab 10 AP weniger. Ich hab 10 AP weniger. Ich sehe einfach nix. Mach Licht an. Ja. Ground. Ach, Master. Ah, das geht schon ein bisschen weg. Hast du wieder ein bisschen Sand in den Augen? Ach ja, wenn du die Bombenfall so kurz hintereinander zündest, dann hat das nicht so einen großen... So, wo muss ich dann runter? Okay. Immer weiter, immer weiter. Über, äh, über uns. Ich warte oben. Okay, das finde ich sehr sozial von dir. Boah. Der ist mein zweiter Vorname. War's dir? Sozial. Ach so. Äh, ne. Okay. Da. Hallo. 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 Ihr könnt runterspringen. Unten ist Wasser. Ja, ja. Nicht auf ihn hören. Ne, trägst du dir auch nicht. Was? Ach du Bombe. Was macht ihr denn hier? Keine Ahnung, was er macht. Worm unten werfen. Warum ist der Weg schon wieder zu? Weil das mal an der Map war. Das war auf der Map, du Heini-Kopp. Ich weiß ja nicht mal, ob das das richtige Loch ist. Das ist was richtiges. Das war das weiteste, was rechts ist. Ja, auch bei mir auf der Map ist auch schon alles komisch hier. Ja, da ist so komisch als Altar, den. Brauchen wir das doch? Wir auch. Wo geht's? Huhu, Bombe? Auf der rechten Seite ist so ein Altar. Ja, da braucht man. Brauchen wir nicht den? Das haben wir unter unserem eigenen Haus. Brauchen wir nicht. Das können wir später mal abmachen, oder? Wir brauchen die nicht damit. Wie langsam seid ihr denn hier? Schmeißen wir mal da ein paar Bomben runter hier. So, ab geht's. Wo geht die Party ab, hier geht die Party. sonst ewig bis man da unten ankommt bomben marsch los geht es wieder munter alles abfahren hier ich habe keine flares mehr können wir müssen ausleuchten ich bin hier schon mal ein film mal ja immer deine basis jeden tag aus dem arsch wir müssen zerstört werden und dann wenn drei zerstört wurden wir müssen dazu nach oben und bleiben so der sport hier unten das habe ich denn jetzt aufgesammelt die bomben machen wir gar keinen schaden wir sollten aber nicht alle draufgehen oder eine weitere kugel und der kommt der megaboss ich habe hier gerade muskete kommen ja die schießt jetzt richtig viel power achtung ich habe schaden bekommen von der bombe ich nicht so gar nicht ich habe 100 schaden bekommen guck dir mein leben was ja ich glaube nur bei deiner eigenen ach so ich habe falschen namen geschaut weg einfach die muskete nicht immer so viel schaden schneeball kanone opfer wir gedenken florian keiner wird vermissen jetzt haben wir zwei davon jetzt drei easy tschüss flo oh fuck heilen oh mein gott oh mein gott oh mein gott wo sind die denn ich zieh sie nicht oh man die sterben nicht sterben das ist eben nicht mehr so denn mir genauso ein kleines prinzip minecraft von wegen wir machen was ich licht hast da kommt nix mehr ich bin fahren weil ich gestorben bin ich bin gebrannt hier like a bitch und man sieht ja den sogar auf der karte den den wohn oh gott erschreckt mich doch nicht so bist du ein bisschen hinter dir ja es selbst nur noch ein großes sein oh das ist wohl schießt so besiegt oder die musik ist wieder anders aber wenn besiegt ich hab keine alten aber doch die ganze zeit der kommt nicht auf einmal sondern die ganze zeit halt shadow schatten schuppen können wir noch mal eins von äh nochmal drei kugeln machen halt was hab ich denn ich hab dämonit erz 21 und 8 schattenschuppen ich glaub sechs braucht man für eine spitzhacke ich hab drei also eine kugel haben wir hier noch die könnten wir doch noch in die luft jagen oder klar kommt da was cooles raus ja hauptsache ich muss gehen nein ich will auch eine haben ist nur für coole leute ja also für mich nee warum seid ihr mir so fies zu mir ich hab euch überhaupt gar nie was getan fies 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 doch du mobst mich immer nein ich mobb dich nur weil du mich mobst würd ich auch sagen sagst du so kühn in deinem jugendlichen leicht sind oh mit oh mit da drüben ist übrigens noch ne kugel das ist gut wo sonst irgendwie hinspringen wo ist drüben links oder rechts links blocktiviert eine bombe dann müssten wir noch mal nach obwohl das schon weiter weg uns dadurch zu springen ja an sich es würde jetzt an sich eher sinn machen dass einer zurückgeht eine spitz hat gemacht und dann wird zurückkommt und dann könnten uns einfach hier durchkommen das hast du gemacht flu magst du mir mal die schattenschuppen gehen dann geh ich grad fix zurück äh ja warte ich geb dir auch ein paar schattenschuppen jetzt sag ich mir noch warte bitteschön gib mir mal euer dämonit und schattenschuppen dann mach ich da fix machst du viele hacken wie möglich ich hab dämonit ja jetzt hab ich noch ja alles her alles her ja da ist noch dämonit er äh ich wollte dem und der zum nicht lichtkugel äh oder ich habe mit laubeere schön für dich dogs lange geht ne 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 das war es überhaupt nicht aber egal was so waren wir dann dämonitär so führen wir hg 12 und 6 ich konnte drei hacken mann okay so kriegt keine die dörren gehabt auf geht's wer auch immer das so ist die floh na hallo jetzt sind so verstehe auch einer warum nicht ich bin der meister meine untertanen wollt ihr die totalen spitzacke ja zwei mingel geworfen ich hab keine bekommen dann buddel halt alleine mir hilft ja keiner töteflore einfach bringt gar nicht komm mal mit evo komm komm äh da yay oh danke bam 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 nach oben bin ich oh nein kaspera jetzt gehen ich jetzt aufmachen so doch das ist wirklich ein sicheres spiel ja da unten möchte bestimmt meine lizenz läuft bald ab und da werde ich jeden tag einmal daran erinnert dann geht das in der meldung auf mitten über dem bildschirm ihre lizenz läuft bald ab kaufen sich eine neue mal so ein ganz viele kugeln ja nach unten wir haben schon zwei zerstört ihr könnt doch einfach steuerung drücken und dann buddeln diese steuerung den kript dann da kommen diese gelben feldern und kript automatisch tunnel in die die sind furchtbar gelben felder sind furchtbar ich habe keine gelben felder sollte auch gleich die bombe weil ich die schlusswaffe in der hand habe das würde es erklären ja wo würde ich jetzt runter hier buddeln jetzt hier unten rein und dann machen wir die kugeln da kaputt aber master ist ja zu hause oder ich bin eine mine erst mal der brainer nein nein ja doch ich bin euch reden ja die ich einfach mal beteiligen und nicht die ganze zeit still und heimlich der ecke gesagt kaspersky ist cool sagt dann für eine stunde nix kaspersky ist cool aber ich kann das nicht abbauen ja katsching ja denk dran was geht es schafft ah bombe ja bombe äther of wells has awoken aber cool come right at me bitch ah nein ich denke ein bisschen fest willst du hilfe du musst doch mal raus kommen evo ja gute nacht kommen wir nicht hoch menschen evo evo ist gestorben komm ich jetzt zu euch pp purple wenn wir es auf dem root hätten dann könnte ich es wahrscheinlich machen aber nicht hier ok dann kann ich mich um die goblins ja bringt das überhaupt was sie zu töten ja aber das schluss oder nicht angezeigt ja das ist neu ich habe ein bisschen vermöbelt von denen ja wir haben ihn gleich wir haben ihn gleich los keine menin im mond was du weißt du wohnen da stehst du da drauf der mann mann wir gehen nach kampf über wo sagst du sehr wichtig ja nimm mit so das war schon ne da kommt noch was party party ich glaube das war es jetzt ganz viel goblins oh gott ich habe neun shadowskills ja oh guck mein gott goblins oh überall Hilfe oh mein gott ich seh die gar nicht die sind ganz die sind voll klein und irgendwie mega stark das sind halt goblins ich habe eine fliege getötet das mich hier durch jemand haben nein danke die machen so viel schaden so ne armselige katze die die maus getötet hat diese fucking zauberer warum könnt ihr durch wände schießen ja ich weiß nicht was die anderen machen aber wie es weiter geht sie dir in der nächste folge tschüss 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 tschüss